Falkenheim. Wir mussten die Festung in Sverngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in zwei Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Kann sein, dass wir jetzt gleich Mercy spielen. Das könnte durchaus sein. Mal gucken, ich bin die Gaini. Hier wollte ich. Da hält eine lautlose Klinge den Friedenshüter aufrecht. Doch während ein Krieg tobt, ist die Arbeit eines Friedenshüters niemals beendet. Schnell und tödlich. Sie können einen Kampf entscheiden, bevor der Feind überhaupt werkt, dass sie da sind. Tödliche Tänzer mit zwei Klingen für ihre Tanzpartner. Ihr Wissen kann Legenden zerstören oder erschaffen. Okay. Der hat mir gerade so eine kleine Introduction, eine Einführung in Mercy gegeben. So generell, also Friedenshüter. Ah, verstehe. Ja, ähm. Also, wo steht es hier? Das kann ich sagen. Ein Netzwerk für das aufvertretend. Du kehrst zum Hauptwindelzoll. Oh. Jetzt geht das wieder los. Das ist natürlich super. Du hast bei mir die Gruppe verlassen. Hm. Na gut. Ich lade gerade die Mission schon, deshalb. Ah, okay. Ja, okay. Ich warte dann einfach kurz. Ich lade gleich nochmal ein. Beziehungsweise lade ich mich dann nochmal ein. Unser Heer muss da einen Weg finden. Ja, okay, mach ich. Die Wikinger können kreativ sein. Wenn sie denn wollen. So, flatternde Klinge. Okay. Ähm, was kann ich denn jetzt hier machen? Missionen, 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 Detail zurück zum Desktop. Nein, Missionen abbrechen möchte ich dann mal kurz. Jo. Dann kann ich dich ja schon mal gleich einladen, muss man sagen, wir soweit bist. Ich lade. Ja. Jetzt kannst du machen, ich eine Gruppe einladen. Geh mal hier auch ganz kurz raus dann. Und zu spät einladen. Okay. Sollte gleich drin sein. So. Ich bin dran noch. Also, Story-Modus, Ritter, 1.5. Kann sein, dass es bis 2.0 geht und dann vielleicht das nächste anfängt. Vielleicht. Kann sein. Also, 10 Missionen wären ganz ordentlich. Aber ich glaube, ist die... Naja. Okay, bei mir kommt noch einmal die Sequenz jetzt. Ja, höchstwahrscheinlich. Also, ich bin ruhig. Ja, treibli. Okay. Ich bin ruhig. Ja, sagstwahrscheinlich. Ja, wie geht es? Ja, sagstwahrscheinlich. Wie geht es? Ja, sagstwahrscheinlich. Ja, sagstwahrscheinlich. Ja, sagstwahrscheinlich. ok 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 was nehme ich denn welche gaben nehme ich denn ehrlich gesagt immer die gleichen gaben ich habe einmal einmal weite luft du war ein geschärfte klinge stufe 1 ist es nicht schärft ja ok ja ich habe eigentlich den naja zweite luft und hat präzisionsschlag noch warte auf andere spiele ich bleibe auch dabei ich finde es eigentlich ganz gut so sabotage in einer racheanzeige freundes kannst du mit er den rachen muss aktivieren haben wir schon ein paar mal heute gesagt wenn du dich an eine kante und drücke rechte maustaste um einen kurs an der ausgeführung nach so genau so bei mir leht es noch unser hier musste einen weg finden die wikinger können kreativ sein wenn sie denn wollen kenne ich doch irgendwo her oh gerade weil ich da hat dann der zang 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 von den drei angriffen das ist eine karte zweimal mich getroffen ja die wikinger stämme haben unterschiedliche bräuche das hier sah mir nach opfer gaben aus vermutlich baten sie um stärke im krieg man auch hier ist noch ein nein ich kann mich noch irgendwas anhören weil sie angucken achso da drüben auch dann hätte besser keine kundschafter vorausgeschickt er hätte mich schicken sollen warum hatte ich bloß nichts gesagt so fallen ich meditiere um mehr kraft zu kriegen ich werde nicht sagen aber ich bin schon mal vorgeprächt ich bin schon mal Das ist ein Mann. Du hast nicht gesagt, dass er den fertig war, oder? War er noch was? Zweifel heißt dort! 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 Ist ja noch was? Ah, was ist denn da? Nein! Nein! Die Wikinger sollten wachsamer sein! Irgendwie schubs ich die Leute hier mal runter. Da auch noch ein paar Leute. Also so eine arme Friedenshüte, dann heißt da kaum Kraft oder so. Also, augenscheinlich natürlich nur. Ich bin der Tatum. Stöbs, lass uns. aus asche zu dort lagen ihre boote vor anker also gab es einen weg hinauf dessen war ich mir sicher wunderschön aus hier mit der staat und der wegen der statu das stimmt ich mag die wolke des vulkans hat diesen ort verdorren lassen ich glaube ich bin gerade ganz ja ich muss aber gleich gegen zwei kämpfer ja ich bin auch so viel hat sich in so kurzer zeit verändert nicht so wenig der wird nein der hat mich getötet ich wollte ich wollte gerade ausweichen und dann hat das nicht funktioniert ich bin jetzt hier fertig weil ich kann ich kann nicht wieder bedienen ja ja das ist ganz so in der tage ich komme zu dir der typ könnte noch da sein wieder zurück gerade so noch ich will nur mal sagen das ist interessant der kann keinen zentimeter bewegen kann aber meinen schlag ausweichen die klaren zetten längst ein gegnern das ist ein bisschen Der scheint auch getötet, also tot der scheint Wollen wir hier rauf? Können wir sich hier noch was angucken? Ja, weiß ich nicht Was war das denn? Naja, das treten halt nur von der Team zu uns Ah Ja Ich halte Stone für vertrauenslosig Rauch, aber vertrauenslosig Dass du mich immer hauen musst Jedes Mal Jedes Mal immer noch die Animal Stone Jaja, du willst mich einfach nur hauen Ja, Gerich Gib's doch zu Ne So, äh Wo müssen wir nach oben erreichen? Aber ein bisschen am Aufzug So, wann haben die hier schon Fahrschule gehabt? Fahrschule gibt's schon etwas länger Ja, ja, klar Nur keinen elektrischen Haar Doch, ganz genau die Die gibt's doch seit, äh, Christus Geburt Seit Standweichern Ähm Ähm Äh Ich glaub wir müssen nochmal den Weg zurück Oh, warte, hier ist noch was Krieger heulen, erschaudern und toben Naja, also hatte ich schon Ja, also hatte ich schon Wenn sie ihre Freunde hängen sehen Manchmal gab ich vor, ihre Trauer zu teilen Manchmal wünschte ich mir, ich könnte es wirklich Hm, das geht traurig Wir müssen nach oben Wir müssen nach oben Wir müssen nach oben durch, glaub ich Wir müssen nach oben durch, glaub ich Aber nochmal zurücklaufen Es ist so kalt Äh, meinst du, wir sind so weit zurück? Hm, nein Ne, glaub ich auch nicht Aber jetzt, vielleicht haben wir hier, guck mal, jetzt können wir hier hochgehen dieses Mal Vielleicht haben wir dann eine Nein Okay Hm Vielleicht hier unten durch Hier unten vielleicht durch Unten Tor Können wir gerne mal testen, aber Stopp Stopp, nein Ich guck mal was anderes Mhm Ich hab nämlich hier eine Brügge gesehen Vielleicht kommen wir irgendwie da hoch Holden ist vom Weg abgekommen Das ist traurig Ne, wir rüber Das macht komisch Jetzt müssen wir doch hinten rum irgendwie Guck mal rechts hoch Vielleicht Hier weiter Ah, hier, hier ist eine Leiter Wo? Hier auf der, äh, rechten Seite Gut, dass du sagst, hier ist eine Leiter, ich seh dich nur nicht Ah, Doktor, du siehst nicht Ah, da bist du Okay, ja Hier ist eine Leiter, okay Und jetzt? Hier geht's hoch und weiter Ah, okay Das ist ein Leiter, da ist ein Leiter Ah, okay, das brauchen wir Okay, das brauchen wir Apollyon hatte recht Ja, ne? Die Kälte hält die Wikinger im Zaun Ja, ne? Drei oder drei Genau wie wir Die meisten Wikinger Wäre jetzt schon Lust, Geschichten zu lernen, also Ich? Ja Ich mag Geschichten, Geschichten doch Ja auch, aber die meisten haben wir nicht Ach, wer dieses Spiel spielt, der mag Geschichten Hoffe ich jedenfalls Ich find's immer ganz positiv, wenn so'n Spiel Na ja, Story in Nordrhein Wirklich tatsächlich die Geschichten auch Ja, das schon Und nicht irgendwelche Geschichten, die so rauskommt Boah, ich kippe Feuer Ich kippe Feuer Ja, ich kippe Ja, ich kippe Das Problem war nur, ich lag richtig Also, ich lag richtig im Feuer Die ganzen Kasse durchgehend anbekommen, oder? Ja, die hat mich da reingeschlagen Und dann ist es erst mal auf Einen Balken runtergehangen, oder? Okay Aber immer übernetsch Also Ne, ich glaub nicht Ich glaub, wir müssen nicht über den Klang Wollen wir gleich Wir hier noch irgendwas? Hm, ne Egal Man wär jetzt hier Wirst du zum Typen noch kalt Und dann Können wir nicht verbrauchen Ja Äh Ich bin tot Meine Dame hat überhaupt nicht geblockt, warum auch immer Block ist bei der auch ganz schwer Wir werden hier nur Ruinen hinterlassen Man muss eigentlich immer Man muss immer wieder erneut blocken, ne? Weil sich dieser Balken sonst wieder Äh Der blockt Balken wieder Äh Äh Ich kann dir nicht versprechen, dass ich mich wieder bedämmt habe In der Zeit Ah ja, warum? Mach dir keinen Schritt Ich bin gleich, ich kann wieder nicht gespawern Ach so, das ist... Ah ja, okay, gut Warum eigentlich, ne? Das find ich komisch, dass man gespawern kann Vielleicht vielleicht auf den Schwierigkeitsrealist Vielleicht kommen wir da an Wahrscheinlich Rennen die mir hinterher? Nein, dann kündig ich mir das für Es musste einen besseren Weg hinein geben als die Vordertür Ich hatte schließlich meinen Stolz Okay Echt frontal rein, ne? Ja, das hat einfach keine Lust, oder? Warum eifer, wenn noch kompliziert wird? Zu eifer Dieser Wächter scheint anständig zu sein Dieser Wächter scheint anständig zu sein Ja, ich bin bei dir gewohnt Du machst immer nur Abstaubung Ja, ja, du auch Aber ich, 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 ich kämpfe immer ganz normal Ja, ganz normal, Abstaubberich Oh, oh Abstaubung Oh Wie, du hier, noch Abstaub Das war nicht genau, ich wollte den anderen angreifen Geht da einer Ja, komm, klatschen weg Klatschen Hey Du hast doch klatschen weg Die Kälte wird viele von uns das Leben kosten So kalt ist es auch wieder nicht Ach, doch Ich hatte eine Idee Wartein Keiner hat uns gesehen War einfacher, als ich gedacht hatte Oh Oh Scheiße Oh mein Gott War da eigentlich heute drei gerade Ja, ich hab's gerade schon drei ich hab's zu schön ich glaube an dich ich ruhe mich hier mal rach angemacht jetzt ich mach mal ein bisschen die mission weiter ich muss sehr vorsichtig sein ich muss ihn wieder beeilen so den letzten zwei warum macht er denn nur einen schlag ich hab's geschafft ich sag mal das nächste gegengewicht so alle getötet endlich ich hatte gegen mich nicht hier bist du irgendwo reingangt ja ne scheinbar da jetzt sind wir die aufzugmechanismus erreicht okay das war Nein, das... Ah, da haben wir ja noch einen. Und jetzt? Achso. Die gedrückt hätte ich nicht? Ah, ähm... Was habt ihr denn eingeschossen? Natürlich. Sehr realistisch. Sie warten so lange bis... ...der Weg versperrt ist, um da außen zu wollen. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn jetzt hier angeben soll. Die Wikinger feiern gerne. Ist hier eine Taverne, oder was? Vielleicht finde ich einen Weg, sie einzusperren. Oh, du hörst ja an. Die Wikinger feiern gerne. Vielleicht finde ich einen Weg, sie einzusperren. Ah, ja. Ja. Äh... Versuchen? Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr erfragend werden. Richtig. Da kommt mir eine Idee. Ich bin mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... das war jetzt nicht unbedingt ganz clever aber egal was nehmen sich ganz sicher wo der aufzug ist geh runter, geh runter, geh geradeaus, geh links, geh geradeaus, geradeaus, links, weiter links, links, jetzt rechts, links, jetzt damit rein und die Leiter hoch äh, die Leiter hoch, der Leiter, der Leiter, Achtung soo die Leiter einfach übersetzt wofür das so gut sein mag da ist nämlich das ist eine Zeit, ein Pfeffer ne man was das ist es ist das zu gut gehen das ist ein Pfeffer das ist ein Pfeffer da ist das Es bedurfte noch eines Handkrebs. Rötter dich! Nein! Oh, wie schade! Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, offenbar, offenbar. Na dann spawn halt da hinten. Ja, ich spawne da hinten, ich spawne da hinten, ich spawne da hinten. Ich stelle da alleine weiter. Was gehts? Wollen wir uns ruhig mal warten? Ne. Ne, ich warte nicht. Keine, was hier so schöne Musik fände. Ah, ich auch. Haben wir jetzt zwei Darte getötet oder? Ich bin mir nicht sicher. Ermutigt sie nicht noch. Dann hätte man also auch den ganzen Krieg mit vier Leuten überstehen können? Georetisch. Wenn alle so erfahren sind, wenn sie keine Ahnung haben. Oh nein. Story Level 8. Ah, okay. Ähm. Jo, Level 8. Ja, es ist nicht all right. Hm. Und... Jo. 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 Mama.